So, hier ist ganz wichtig, zu wissen, wie man sich richtig einordnet. So, links abbiegen, das heißt Schulterblick links und links zur Linie einordnen. Schau mal. Und dann noch nicht blinken, kapitänigen. Erst wenn wir an der Straße vorbeifahren, dann blinken nach links, Schulterblick links und den Fahrstreifen wechseln. Genau. So was gibt es hier auch. So, dass sie sich kurz vor der Ampel vor uns einordnen. Geil. Gut. Dann haben wir dort ein Vorfahrt-Gewehren-Schild. Der kommt jetzt nicht ins Spiel, weil die Ampel im Betrieb ist. Die Ampel ist rot. Wenn sie grün wird, müssen wir auf Gegenverkehr achten und auf die Fußgänger, die die Straße in meine Richtung überqueren. Also, Querverkehr wird auch später rot haben, wenn wir grün haben. Daher bitte nicht rechts gucken und links gucken. Ja, das ist keine Vorfahrt-Gewehren mehr, das ist eine Ampel. Und an der Ampel abbiegen, müssen wir dann nur auf Gegenverkehr achten. Und die Fußgänger, die die Straße auf der linken Seite überqueren. Lassen wir den Gegenverkehr schon durch. Wir sind ja Linksabbieger in diesem Fall. Und jetzt haben sie rot, dann Schulterblick links, Fußgänger absichern, Radfahrer absichern.